Moin moin und hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eurem VW Golf 4 die Motorhaube öffnen und wieder schließen könnt. Ja, damit ihr auch wieder am Motor was machen könnt. Erstens, Seite des Fahrers öffnen. Dann seht ihr auf der linken Seite bei den Pedalen so einen Hebel, den zieht ihr mal ganz gechillt zu euch hin. Yeah, bis es so klack macht. Dann bewegen wir uns zur Front des Fahrzeugs und haben über den VW-Zeichen die Möglichkeit, die Haube ein wenig anzuholen. Und das kommt dann raus? So ein Ding mit einem Pfeil. Geilen Hebel. Ziehen wir mal dran. Und gleichzeitig mit der anderen Hand, die ich jetzt gerade nicht zur Verfügung habe, werden wir die Motorhaube öffnen. Und dann BAM! Vor 20 Jahren gab es schon richtig schöne Dämpfer, die euch die Motorhaube aufgehalten haben. Das ist doch geil, oder? Golf 4 Rock. 1,4 Liter, 16 Ventiler. Schönes Ding. So, um das wieder zu schließen, einfach 20 Zentimeter vor dem Schloss reinfallen lassen. Jobs done! Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun!